So, hallo meine Lieben, willkommen zu Monster Hunter 3 mit Zodiac dabei, grüß dich. Grüßt euch. Grüß dich selber. Ich grüß mich immer. Das ist schön. Ich bin der Darth, äh, ich bin wieder der Darth Vena, schön, dass ich da bin. Und, hä, was willst du von mir? Ja, zuständig, laber mich doch einfach nicht zu. So, wir gehen, was machen wir? Aber wir haben zuvor halt Pilzernte, das perfekte Allheilmittel, Anglerlatein, Kristallknochen und ansonsten hab ich nichts mehr offen. Such dir was aus. Ist alles scheiße. Ja, ne? Ja, es geht, es geht, es geht. Ich tu grad meine Ausrüstung ändern. Wie müsst ihr mich denn mitnehmen? Hammer, Schwert, Glanze, Axt. Ach, egal. Ja, dann geben wir Pilze sammeln den ersten Mal. Okay, da reicht das, was ich hab. Ja, Weidmannsheil, du mich auch. Das ist halt mal mein Führer. Klingelingeling. Und, da geht's auch schon los. Jetzt kommt wieder eine super lange Ladesequenz. Tja, das lässt sich leider nicht vermeiden bei dem Spiel. Ja, schon, ne? Aber es geht noch, es geht noch. Ich hab schon schlimmere Spiele erlebt. Boah, hör mir auf, ich habe jetzt erst Half-Life 2 auf der Xbox gespielt und die Steuerung ist total miserabel und was noch viel heftiger ist als die Steuerung, ähm, das ist, wie nennt man den Kram, gleich eine Aktion, hier kann ich nicht nehmen. Bist du voll? Das ist mir schon mal passiert. Oder ich habe schon welche, mal kurz. Ne, ich glaube ich bin voll, na gut, ähm, ja, dann machen wir kurz, schauen wir mal hier, Objekte, ja, ich bin voll. Das ist toll, ich habe zwar ein bisschen Platz, aber ich kriege bloß 10 einmalige Pilze, nein, ich glaube, also du musst Platz schaffen, dass du mindestens 4 kriegst. Ja, das müssen wir mal sagen. Ach, dann, dann. Ja, dann nehme ich das Kaltgetränk raus. Ja, kann ich sagen, ich muss mal. So, dann kommen wir auch schon los. Ab geht die Post. Die Postion essen, so, dann machen wir auch schon los. Ach, ja, 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 ja. Ver tandem wird. Hier, das ist ein Führer der den Maxi Ration und Leader. Ja, das ist ein Führer der Bank. Es wird sind ja da weg. Es wird zwar 2,5 m, sind, da sind, da sitzen. Pilze, die findet man ja hier irgendwo, ne? Hier oben sind zum Beispiel gleich drei Stück. Und diese Hessen hängen Sekten. Ja. Nein! Ach, ich, Horst, was hab ich denn jetzt zu mir genommen? Eine Ration. Wieso hab ich noch Ration? Ich hab doch genommen. Hä? Werf ich die Bombe ab hier? Hä? Was für ein Pilz hab ich denn hier gerade aufgenommen? Keine Ahnung. Ach, ich hab ein Blaupilz aufgenommen. Ach, scheiß drauf, dann hau ich die Wettsteine weg hier. Wir brauchen für den Leben vier Reife, zwei Erlesen. Ich glaub, ich hab schon zwei Erlesen-Pilze gekriegt. Ne, in Erlesen, den hab ich. So, warte, hier hinten noch eine. So, ich hab hier jetzt schon wieder eine ganze Menge Pilze gesammelt. Ne, wie viele Pilze hab ich denn jetzt? Ach, ist ja auch egal. Ich nehm einfach alles mit. Einfach mitnehmen. Der Rest wird dann aufs Konto gut geschrieben. Was zu viel ist. Das ist gut. Ist ähnlich, wie was ich bei Monster Hunter's ID ein bisschen Mist finde. Ich hab ja die ganzen anderen Teile auch. Ist die Kameraführung. Ja. Ist etwas suboptimal. Aber man gewöhnt sich dran. Das stimmt. Die Kameraführung ist echt nicht so die Bombe. Aber das hab ich schon die ganze Zeit bemängelt. Auch in meinen vorherigen Teilen. Ja, hab ich schon gehört. Es passt bloß. Ich hatte ein Schreckerlebnis im Solospiel, wo ich das erste Mal gespielt hab. Ich kenn ja schon den Kuropeko, den schönen Vogel. Was ist passiert? Ich kenn das erste Mal gegen Themen. Low Ausrüstung. Und der ruft so einen richtig schönen fetten Tra. Das fand ich ja so cool, als er bei uns den Königsludrof geholt hat. Das hat vielleicht Spaß gemacht. Ich hab mir dann in den Quests, in den Solo, wenn ich das spiel, nehm ich mir dann immer das jeweilige Vieh, was er gerufen hat, erst mal zur Brust. Das geht im Solo immer noch. Objekte? So, muss ich mal langsam gucken, wie viele Pilze wir jetzt schon haben. Ich hab fünf Einmalige und einer Leser. Objekte? Ich habe sieben Einmalige, drei Blaupilze und Einmalige hab ich gar nicht. So, und wie viel brauchen wir für die Quest? 14 Einmalige. 14 Einmalige. Ja, das geht ja. Das hab ich jetzt, ach so, jetzt hab ich schon die erste Hilfe. Das heißt, uns fehlen mir nur noch drei, um die Quest hier abzuschließen. Pilze. 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 Ich hab laupilze auf Maximum, wem Wundums. Nun kommt mir nur so wenige davon. Man kann maximal zehn Stück tragen. so gut im gebiet können wir eigentlich zu gebiet 12 überwandern noch mal ganz kurz ein bisschen erz zu sammeln können wir auch unten ja da hinten unten wenn du hinten runter machst von gebiet 11 12 12 gibt es immer mechalit erz ja deswegen muss am meisten raus deswegen habe ich gedacht da könnten vielleicht mal runter das ist ein tiefer sprung flatsch kamerabflugung wieder hier ich hab mich jetzt angewöhnt ich finde mit was spielst du wie mit was spielst du? ja ja classic da komme ich nicht zurecht ich spiele mit nunchuck und das ist ganz cool auf dem steuerkreuz nebenher kannst du ja die kamera machen bei der WIM WIMOTE und auf dem nunchuck dust dann mit dem Ding wo schwimm ich denn hin? ich hab die ganze Zeit auf den blauen ähm geguckt das bin ich ich weiß ich bin betrunken das muss mir noch sagen das weiß ich auch so oh man und ich bin hier wieder zu blöd den richtigen Weg zu finden das wird schon ich bin ja einmal zufälligerweise da hingekommen ich weiß gar nicht ja hier gibt es immer viel ich weiß gar nicht mehr genau wieso ich da war hier ist zum beispiel dann auch später der ausruhplatz von lagia cross war das ich glaube der hut dann hier oder abhaut der pennt dann hier cool so erstmal ein Inventar voll machen eher leer machen äh manche was auch gut ist was ich dir empfehlen würde er ist ein Bombenmaterial und ein Reizpilz zu kombinieren da kriegst du ein Teleport wenn es mal eng wird da teleportier dich sofort zum Basisding rüber mhm die nehme ich immer bei Missionen mit gegen große Fischer wo ich weiß es könnte eng werden wenn du wenig Schleif hast das Ding rein und weg was hau ich denn jetzt raus hier ich wollte dich noch vorher fragen habe ich aber auch vergessen hast dein Inventar gelernt weil ich das jetzt schon bummer dein Let's Place gesehen hab ach ich hau jetzt meine Dingens raus ich finde das Outfit so schwul ich hab aber noch ein anderes schwules Outfit hab ich das mit dem? das kann ich dir mal zeigen das ist ja übel ah jetzt hab ich mir mal ein Malachit Erz bekommen ne Macherlied so ich hab wieder keinen Platz nein ich hab's mit normal 90 mal bei mir in der Truhe ach scheiß drauf ich wirf die Karte weg brauchst du eigentlich nicht wenn du das eh immer auskennst dann kennst du dich aus ich renne meistens ohne Karte los das war auf jeden Fall ne ganze Menge ich muss hier jetzt nochmal einen kleinen Stopp machen hier ist schon wieder die Zeit rum ah jetzt fliegt mir noch die Fernbedingung durch die Gegend so dann ja bis gleich sehr gut Vielen Dank.